Herzlich Willkommen, mein Name ist Ben. Heute zeige ich euch diesen Gemüsekuchen. Draußen ist Klo-Sprick, innen ist sehr würzig und höchsthaft Dinsen und Sellerie. Das ist ein wunderschöner Rezept. Warten wir diese Woche in den Marken? So, wollen wir anfangen? Zuerst mache ich die Füllung. Sellerie, Schäle und Feinwürfe. Veganer Butter. Zellerie dazu. Drei Minuten anbraten. Den Brautinsen habe ich noch übernommen eingeweichen. Dazu mitbraten, eine Minute. Mit Wasser ablösen. Salz, Pfeffer, Wüste. 15 Minuten Köken lassen. Das ist der Mandeln gemahlen, aber man muss nochmal malen, bis ganz fein in diese Soße. So. 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 5 Pfeffer. So. Nane Pfeffer ist sehr klammig. Kartoffeln Steak. Ziem. Ziem. Pulver. Riesophie. LRF-Blocken. Ja, konsilu. Ganz wenig. IT-Level. Zitonussof. Ziem. Noch ein bisschen Salzpfeffer und Wüste. Beden die Sili. Ein bisschen Kentimier. Hacken. So, alle zusammen gut vermengen. So, diese Sauce in den Topf geben, schon 15 Minuten gekocht. Gut vermengen, einmal aufkuchen lassen und abkühlen lassen. Die Sauce total abkühlen, das ist ein wichtiger Punkt. Dann im Kühlschrank ganz aufkarten lassen, das ist sehr wichtig. So, die Teile nachher alles muss. Jetzt diese Linsenmasse ist komplett abgekühlt. Verkaufen habe ich schon vorgeheizt. Jetzt diese linke Teile habe ich gekauft. Diese Teile mit der Gabel ein bisschen Lock machen, für diese Luft ein bisschen drauf. Dann die Füllung. Gut verteilen. Diese Teile am besten in die Küche lassen, bis sie in den Kühlschrank brauchen. So ist es zu weich. Kannst du mit der normalen Besse oder kannst du mit der auch gut, das ist ein bisschen schön. Habieren. Hier nochmal habieren. Dann inzwischen. Lassen wir es rausnehmen. Diese auch. Dann diese. In den unten geben. Hey. Ganz einfach, oder? Nicht kompliziert. Und alles schließen. Alle nach innen drinnen schließen. Ein bisschen drücken. Hey. So schön. Jawohl. Jawohl. 35 Minuten backen. Plus minus. Jetzt noch 2er trinken. Ein bisschen für das Farbe schön aus. Noch 3 Minuten backen. Und es ist fertig. Schmerz. Ich sehe. Schmerz. 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 Sieht schön, riecht auch sehr schön. Wunderbar. Witzig, klusprig und hellscharf. Sogar Rezept hast du es noch nicht probiert, oder? Ah, lass heute zu viel von mir. Brauchst du sowas? Ich schick's bei dir. Nein, nur Spaß. Niemlich. Nun kann man das Rezept unten verlinken. Also, vielen Dank für die Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Leckerer Rezept.